Herzlich Willkommen in der Residenz des verstorbenen Mr. William Oden. Drei Bambis? Sie dachten, das klingt an uns. Das dachte ich auch. Hi, ich bin Marc und stehe dieses Jahr das erste Mal auf der Bühne für das Sauerland-Theater Hillnickel. Ich spiele die männliche Hauptrolle, den Butler Cliff. Er ist gewitzt, gewieft und sorgt für jede Menge Chaos. Darf ich Ihnen unsere Haushälterin vorstellen? Agnes. Agnes! Was? Ich bin die Mary und meine Rolle im diesjährigen Stück ist die schwerhörige Haushälterin Agnes. Und ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, mein Pustier zu verstecken. Das ist Miss Cornelia, Mr. Oldens Tochter. Ich bin Narissa und ich spiele dieses Jahr die Rolle der Cornelia Olden, die Tochter des verstorbenen Mr. Olden, die nicht glauben kann, dass ihr Vater sein Geld lieber seinen Liebhaberinnen als seine eigene Tochter vermacht. Ich bin Peter und ich freue mich riesig drauf. Dieses Jahr bin ich mal ein Anwalt, skrupellos, wissenlos, mit allen Wassern gewaschen. Ich werde das kriegen, was ich will. Und ich bin der Olden, ich spiele dieses Jahr den William Davis Jr. Er ist ein ziemlich ulkiger Detektiv, sag ich mal. Er ist ein ziemlicher Vollklotz, will ich mal so sagen. Der Anwalt Mr. Van zitiert die drei Erbinnen in die Residenz, um sie mit Mr. Davis und Miss Olden zu befragen. Und genau da wären wir beim Thema. Die drei Erbinnen, oder besser gesagt, unsere drei Bambis. Ich bin Jule und ich spiele dieses Jahr die Josephine Sucks, das erste der drei Bambis. Josephine ist eine sehr flippige Person, sie versucht aber immer, sich ein bisschen gediegen bzw. fein zu verhalten. Ich bin Laura und ich spiele dieses Jahr die Rolle der Marjorie Maryville und bin somit das zweite Bambi. Marjorie ist ein typisches California Summer Girl. Sie ist tough, ein bisschen schrill und dabei weiß sie aber ganz genau, was und vor allem, wem sie will. Ich bin Steffi und meine Rolle im diesjährigen Stück zeigt die Französin Renila Fleur das dritte Bambi. Sie ist eine leidenschaftliche Frau, die während des Stücks eigentlich nur eins im Sinn hat. Sophia Karp, eine gierige Tochter, drei aufreizende Bambi, ein Anwalt, ein Detektiv, die mitmischen, da braucht Clifton, tatkräftige Unterstützung. Ich bin Mathlet, ich spiele dieses Jahr die weibliche Hauptrolle der Suzy. Das ist eine talentierte Schauspielerin. Und warum Clifton diese engagiert, das könnt ihr nur in Wänden erfahren. Hi, ich bin Mario. Seit 1998 bin ich auf der Bühne des Sauerlandtheaters Hilmecke und seit 2017 Regisseur. Und wenn ihr sehen wollt, was bei den drei Bambis für den Buckler alles passiert, dann freue ich mich, euch am 23.11. bei der Premiere in Wänden zu treffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017